In diesem Video geht es um die besten Systemkameras. Der Qualitätssieger in unserem Systemkamera-Test geht an die Sony Alpha 6400. Die kompakte Systemkamera Alpha 6400 mit APS-C-Sensor ist nicht nur mit dem derzeit schnellsten Autofokus ihrer Klasse ausgestattet, sondern verfügt auch über einige neue Funktionen, die den Autofokus mit seinen 425 Phasen- und Kontrast-Autofokuspunkten und Augen-Autofokus in Sachen Präzision noch besser machen wie Real-Time-Augen-Autofokus und Real-Time-Tracking. Da mit dem Fotografen trotz treffsicherem Autofokus kein Motiv entgeht, macht die Alpha 6400 auf Wunsch bis zu 11 Bilder pro Sekunde bei automatischer Schärfennachführung. Die neue Generation des BION ZX-Prozessors ist für die exzellente Bildqualität verantwortlich bei Fotos sowie 4K-Videos. Der Touchscreen auf der Kamerarückseite ist 180 Grad klappbar. Alles zusammen macht das die Alpha 6400 zu einem exzellenten Werkzeug für Kreative egal ob Profi, ambitionierter Amateur oder Vlogger. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Sony Alpha 6000. Ideal in Szene gesetzt. Dank schnellem Hybrid AF mit 179 Phasen AF-Punkten und Kontrastdetektion halten sie selbst im Serienbildmodus mit bis zu 11 Bilder pro Sekunde oder im Videomodus alle Details gestochen scharf fest. Sony eröffnet neue Wege in Sachen Autofokus. 4D-Fokus ermöglicht in vier Ebenen hervorragende Autofokusleistungen, breiter Autofokusbereich, schnelle Autofokusgeschwindigkeiten und optimiertes prognostisches Tracking. Ihre Kamera, Ihre Farbe. Ein ganz anderes Aufnahmeerlebnis. Der Autofokus der Alpha 6000 ist schneller als der vieler DSLR-Kameras. Das bedeutet, dass Ihnen kein Schnappschuss entgeht. Da es eine noch breitere Farbpalette zur Auswahl gibt, können Sie Ihre persönliche Note nicht nur in Ihren Bildern hinterlassen. Qualität beginnt beim Sensor. Mehr Raum für detailreichere Bilder. Es ist ganz simpel, je größer der Sensor, desto besser auch die Bilder. Und die Apple H6000 übertrumpft in dieser Hinsicht viele andere Kameras aus diesem Segment. Schärfere Details, schnellerer Autofokus. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Systemkamera-Test ist die Panasonic Lumix GX80. Sie sind viel unterwegs und lieben Street Photography. Dann haben Sie mit der leichten, flachen Panasonic Lumix GX80 die perfekte Reisekamera gefunden. Mit ihrer intuitiven Bedienbarkeit und der vielseitigen Ausstattung nimmt die Systemkamera für Einsteiger und Profis unterwegs jedes Motiv mit. Konfiguriert als schnelle Kamera reagiert die GX80 blitzschnell und hält auch dynamische Augenblicke gestochen scharf fest. Ihr 16-Megapixel-Digital-Live-MOS-Sensor arbeitet ohne Tiefpassfilter und liefert brillante Aufnahmen bis ins Detail. Vor Verwackelungen schützt dabei wirksam der Dual-IS-Bildstabilisator. Ihre 4K-Technologien nutzt die spiegellose DSLM nicht nur für hochwertige Videos. Auch beim Fotografieren eröffnen Sie faszinierende Möglichkeiten. Nehmen Sie beispielsweise Szenen mit 30 Bilder pro Sekunde auf und wählen Sie daraus direkt in der Kamera den perfekten Fotomoment aus. Bei allen Über- und Unterkopfperspektiven unterstützt Sie der neigbare LCD-Touchscreen der GX80. Alternativ nehmen Sie Ihre Motive über den hochauflösenden LCD-Liveview-Sucher mit 2,8 Millionen Bildpunkten ins Visier. Per Wi-Fi können Sie die WLAN-Kamera zudem mit Ihrem Smartphone oder Tablet fernauslösen und Aufnahmen schnell und einfach von unterwegs teilen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.